Oh, ich bin voll krass, überwältigt, ich bin voll krass. Genau, das weiß ich, hat er mir auch gesagt, ja. Ich habe hier eine Handtasche, eine sehr gute Marke von 2. Dankeschön. Das soll man gerne haben. Da ist ein Kamm drin und was zum Zupfen hat, wie die aufräumt. Cool, danke. Ja, und dann habe ich von Istanbul. Bisschen mal. Verzauberte Tabaks, vielleicht könntest du sie gebrochen, türkische Tabak, türkische Tabak und einmal Rebetabak. Dankeschön. Ja, bitteschön. Danke, das ist die. Gefällt dir die Tasche? Ja, die ist schön, schöne Farbe. Ja. Du gehst. Gut. Bitteschön. Ich wollte gerade überwältigen. Ich war mir gerade überwältigen. Ich war mir gerade überwältigen. Vella wollte Nelly beschenken und wir haben jetzt überfallen. Wir sind jetzt so mit der Zumpfte näher aufgetaucht. Bist du gerade aufgewacht, Velli? Hä? Bist du gerade aufgewacht? Ja. Achso, okay. Ja. Da habe ich auch ein bisschen überrascht. Genau. Ja, und viel schöne Sachen sind wir da. Genau. Für gute Taten. Für gute Taten. Ja. Ja. Sind wie immer da. Jeden Tag eine gute Taten. Ja. Jetzt bin ich schminkt voll inzwischen. Finde ich auch voll lieb, dass du dann diese schönen Sachen mitgebracht hast. Ja. Ich war dem schönlichen Erfolg. Jetzt kannst du dein Parfüm da rein tun und dann Schmink rein tun. Ja, weil ich zu Zahnschmerzen habe. Ja. Okay, jetzt kannst du alles da rein tun. Schminke, Portemonnaie und Parfüm und was du magst. Dann werden die... Dann werden die... Und nicht verlieren dafür. Aber nicht verlieren. Ja, weil das ist ein Geschenk. Genau. Kost 80 Euro. Also... Ja. 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 In Usherin. Ja. So, genau. So, könnt ihr mitten im Banus-Betti. Hier, einfach drauf, mitten im Banus-Betti. Wow, jetzt hört es. Kannst du auch die Säche? Nee, danke schön. Ich muss noch einkommen, dann nach Hause. Du musst mich zu deinem Thailänder führen. Wir müssen zusammen essen gehen. Da ist nicht ohne auf der Autobahn Gend-Reifen platzt. Entschuldigung. Alle Schulen, wir haben ja Ruhe. Leider alle Schulen. Jetzt ist es schon gut. Das ist auch ein Problem. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Ich halte hier aus allen Perspektiven drauf. Dann gehe ich steh hin, okay? Warte, bis die Wärme kommt, dann können wir hier die Essen verteilen. Guck mal, was mir auch gefallen ist. Wir brauchen keine Diktatur, dass wir hier drückwämmen und in den Fachwünsche. Wenigen Tampons bekommen wir uns? Ja, keiner braucht. Es hat jemand gespendet. Ja, das ist die ganze Auffassung. Letztes Mal, ich bin ein Fieberkopf. Wie drück ein Laden? Willst du die haben, die komplette? Ja, die sind dünne. Das sind dünne, oder? Willst du die haben? Warte, die Menschen sind schwierig. Wie drückwämmeln? Wie drückwämmeln, die Leute, kann nichts machen die der Schau. Oder? Aber wir, das sind sauber. Ja, das ist nicht sauber. Soll ich schon mal? Ich hab mit. Und ich hab jetzt auch ein Schau. Wie geht's mal eins? Sie nehmen uns wohl dann hier so. Wunderab, doch schnell laufen. Schmeckt nicht, aber das sind irre. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2021 Der muss hier hinkommen. Hallo, der muss hier hinkommen. Soll der hier hinkommen, dann kann der Hofer abholen. Nein, das ist meiner.